Ja! Ja! Oh! Baby, I travel like so I just let you go! You are no good for me, our love is cold! I travel like, oh my god! I'm so over you, I want you dead! Gehen Sie das bitte sofort zurück und verlassen Sie meinen Laden. Vielleicht kannst du doch, du kleine Schlampe, dass du mir sagst, was ich tun soll. Tag, ich bin Patrick. Meine Mutter meinte, dass dir der Name bestimmt gefallen würde. Was mich betrifft, da war sie sich nicht so sicher. Warum taucht der ausgerechnet heute auf? Heute ist der Tag wie jeder andere auch. Nur mit dem bitteren Beigeschmack, dass ich wieder mal ein Jahr älter werde. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht.